Das ultimative Zielschussspiel ist zurück und besser denn je. Starte deine Hover Shot Machine und schon schweben 5 Bälle abschussbereit im Luftstrom. Lade deinen Blaster, ziele und feure los. Wie viele Schüsse brauchst du, um alle schwebenden Bälle zu treffen? Für die Extra Challenge gibt es zwei verschiedene Ballgrössen. Teste deine Zielsicherheit mit den kleineren Bällen. So einfach? Dann bring die Leuchtsticker an und mach das Licht aus. Der Hover Shot 2.0. Jetzt im Handel. Smith Toys, Superstars, wenn ich ein Spielzeug wäre.